Wie du im IT-Jahresgespräch mit fünf Werkzeugen eine solche Suchwirkung erzeugst, dass deine Kunden bei dir und bei deinen Mitarbeitern von sich aus kaufen, ohne dass du dafür vorher langwierig eigene Unterlagen gestalten musst, garantiert. Genau das zeige ich dir in meinem Videokurs plus Live-Webinar und bis zum 28.09. kannst du noch mit dabei sein. Nun, vielleicht kennst du genau diese Probleme als IT-Unternehmer aus den Jahresgesprächen mit deinen Kunden. Zum einen ist es so, nur wenn du selber als Geschäftsführer von deinem IT-Unternehmen mit deinen Kunden sprichst, dann entstehen aus diesen Jahresgesprächen Aufträge. Wenn deine Mitarbeiter das versuchen, klappt das Ganze nicht. Und es ergeben sich auch eher zufälligerweise daraus Aufträge, aber es ist nicht planbar, nicht vorhersehbar. Und wenn du etwas verkaufen möchtest, brauchst du auch gegenüber deinem Kunden immer einen gewissen Druck, um ihm etwas zu verkaufen. Und es gibt keine klaren Gesprächsleitfäden, die dich so durch diese Gespräche durchführen. Und genau das vermissen ja auch deine Mitarbeiter. Doch genau dafür gibt es jetzt eine Lösung, nämlich meinen Videokurs plus Live-Webinar zum IT-Jahresgespräch. Und diese Lösung wird es in diesem Jahr in dieser Form aber auch nur bis zum 28.09. geben. Nun, welche fünf Werkzeuge gehören zum IT-Jahresgespräch mit dazu? Zum einen ist es so, dass du einen IT-Sicherheitscheck als Werkzeug bekommst, nämlich einen Gesprächsleitfaden, einen Auditleitfaden, der sich am BSI-Grundschutz orientiert. Du kannst also direkt im Interview mit deinem Kunden das Sicherheitsniveau deines Kunden feststellen, kannst das Ganze auch belegen, weil es sich am BSI-Grundschutz orientiert. Und nach nur 19 Interviewfragen hast du einen groben Überblick über den IT-Sicherheitslevel deines Kunden. Werkzeug Nummer zwei, der IT-Investitionsplan. Kunden wünschen sich Investitionssicherheit für ihre IT. Und mit diesem IT-Investitionsplan kannst du die anstehende IT-Investitionen für deinen Kunden für die nächsten Jahre einmal tabellarisch darstellen. Aber du vergleichst auch klassische IT mit der Variante Managed Services kombiniert mit Cloud-IT. Und der Kunde kann dann beide Varianten miteinander vergleichen und sieht dann, welche von beiden Lösungen für ihn die bessere ist aus Investitionssicht. Werkzeug Nummer drei, der IT-Unternehmerkompass. Und diese Interviewmethode dient dazu, mit dem Kunden festzustellen im Gespräch mit dem Geschäftsführer, wie schätzt der Geschäftsführer in acht übergeordneten IT-Bereichen seine persönliche Situation ein. Das Besondere ist bei der Art und Weise, wie wir die Fragen stellen, kann der Geschäftsführer selber die Antworten treffen und er erkennt von sich aus die Engpässe in seiner IT und du kannst dann für ihn genau die passende Lösung finden. Werkzeug Nummer vier, die Geschäftsanalyse. Und auch mit diesen Gesprächsleitfäden kannst du beim Kunden die vier verschiedenen Faktoren herausfinden. Nämlich einerseits, wie sehen bei ihm die internen Faktoren aus? Was ist bei ihm im Unternehmen los? Wo drückt da der Schuh? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Dann die externen Faktoren. Wie sieht die Marktsituation bei ihm aus? Die Kundensituation? Was ändert sich gerade in seiner Branche? Dann die persönlichen Faktoren. Was spielt für ihn persönlich eine Rolle? Wie möchte er seine Arbeitssituation verbessern? Wo drückt ihn der Schuh? Und viertens dann die IT-Faktoren, wie du nämlich mit den richtigen IT-Lösungen genau diese Probleme für deinen Kunden lösen kannst. Das ist der Sinn von der Geschäftsanalyse, so der rote Fahnen für das Gesamtgespräch. Und fünftens die Persönlichkeitsanalyse. Nämlich herauszufinden, wie tickt dein Kunde? Was ist er für ein Persönlichkeitstyp? Was sind die Lieblingsvokabeln? Mit welchen Wörtern holst du ihn genau dort ab, wo er steht? Nochmal zusammengefasst für dich der IT-Unternehmerkompass. Dann der IT-Investitionsplan. Der IT-Sicherheitscheck. Die Geschäftsanalyse. Die Persönlichkeitsanalyse. Und zu diesen fünf Werkzeugen noch hinzukommt der Gesprächsleitfaden. Die Einladung. Wie ich Empfehlungen ziehe und so weiter. Damit das Ganze für dich auch komplett und leicht nachzuvollziehen ist, bekommst du einen kompletten Videokurs, der alle Inhalte meines Tagesseminars zu dem Thema IT-Jahresgespräch beinhaltet, unterteilt in einzelne Videolektionen. Dazu begleitend zwei Live-Webinare. Einmal am Anfang und einmal am Ende des Kurses. Jeweils eine Stunde, sodass du deine Fragen direkt stellen kannst. Und auch direkte Live-Antworten bekommst. Und darüber hinaus an der Online-Community, wo du auch deine Fragen stellen kannst. Und dich vor allen Dingen auch mit anderen IT-Unternehmern und Mitarbeitern aus IT-Systemhäusern zu diesem Thema IT-Jahresgespräch austauschen kannst. Nun, diese komplette Lösung für dich lautet also, wie du im IT-Jahresgespräch mit fünf Werkzeugen eine solche Sogwirkung erzeugst, dass der Kunde von sich aus bei dir und deinen Mitarbeitern kauft, ohne dass du selbst langwierig Unterlagen entwickeln musst. Garantiert. Genau das zeige ich dir. Klicke hier, sei mit dabei beim Videokurs, sei mit dabei beim Live-Webinar und das IT-Jahresgespräch. Wird dein neues stärkstes Werkzeug werden, um jedes Mal planbar mit dem Kunden im Gespräch neue Aufträge zu bewirken. Das garantiere ich dir. Dein Mike Bergmann.